kubad ist mal kirchen her aber ja ja noch keine ahnung von dem von dem fiel der fiese drauf hat von dem müssen wir irgendwie so tausende von schuppen sammeln damit wir was von dem bauern können ich bin hier oben wie war gerade so eine kleine fontäne da konntest du drauf springen und dann kannst du sich auf dem vier praktisch wie spider-man natürlich dranhangeln okay ich weiß nicht ob die produziert oder so der ist schnell die fans die angaben auf ich komme nicht klar hat da sind wir also von themen dann wenn ich mal wissen welcher knopf da war hier wenn ich drücken muss ich bin drauf was soll irgendwas machen außer schießen ich kann nicht dass ich wüsste ich habe jetzt dann wenn ich bin wirklich wieder von dem vier runter der manche ist übelst schwer die rüstung von denen herzustellen wir müssen uns jedes mal zu dem gott der hat mich in seinem maul ja was soll ich dagegen machen ich bin tot hast du das gesehen ja ja da hat du episch aus wie bei dir wie bei mir da war es halt in seinem maul drin was wird er dann gemacht hat er hat sich geknabbert der hat noch mehr gemacht der hat mich dann in die luft geworfen und dann hat er in der luften salto gemacht nämlich mit seinem schwanz zu boden geschlagen der voll den fans die move gemacht hat war wie in so einem film oder so alter durch in dem stress jetzt nicht so mitbekommen ich wollte nur helfen aber ich kann damit man schwer nicht an die animation nicht wenn der mich in seinem maul hat kann man das unterbrechen der hat dann diese also ich kann das wahrscheinlich nicht unterbrechen aber der diese striche über seinem kopf ja aber da komme ich leider nicht dran ja aber der macht dann von den fans die angriff alter das sieht so aus weil sie nicht wie wenn sich oh gott was macht er da ich gehe mal weg okay so viel stand hat das nicht gemacht oh gott der in der riesen kugel ich sterbe schon wieder da war folge glitschte ich muss sich voll angezogen ja das wird so was von scheiße dann werden jetzt erst ein herz abgezogen wir haben den schon ein herz abgezogen ja der tut mich die geht in seinem maul packen geht oh gott lange weg von dem sein maul keine ahnung das ist nur ein hit kill kannst du anscheinend nicht überleben ich kann mich auch nicht befreien wie es aussieht da soll man irgendwie zu mir komme ich ich erreiche denn irgendwie die hälfte zeit nicht er habe ich schon wieder ich kann nichts machen der tüte ich schon wieder ich bin tot aber ich bin neu er wäre noch erst 32 prozent er muss auch gar nicht gestorben ich krieg hier nur auf die ja da geht irgendwie auch ich verfolge den hier die ganze zeit ich bin neu hier ich kann nicht reagieren ich kann nicht ausweichen ich kann nichts machen wenn er das macht also ich glaube da macht er nur wenn der wütend wird diesen angeblich geht bloß weil ganz weit von dem weggehen soll es mal packen er langsam recht aber er macht ja immer nur ein bei einem hier liegt was bei mir bei mir nicht liegt da glaube ich oder habe ich da vielleicht schon ausgesandt eingesammelt und er hat noch ein viertel herz ich habe versucht ob ich irgendwie hin lenken kann oder so irgendwie nicht ja aber ich habe noch eine menge schät und kannst du mir nichts ich habe 500 schild und der hat nichts ging es auf dich geworden aber jetzt werde ich wieder gefressen geil weg von mir also aber ich gebe den schild ich gehe auf ich auch ich bin auf den sein schwanz er ist tot daniel hat mich noch abgeworfen obwohl er tot ist ja der war der war gut ja der bleib aufgeladen etwa 2142 weil wir es geschafft dann farbstoff sonnenfinsternis ja okay ja wohl teils schuppen hat sind die dinger überbrauchen ja dafür brauchen wir eine ganze menge 1000 oder so ich habe 141 und einmal 26 bekommen er hat kann noch ein bisschen da sechs sieben mal keine ahnung naja lieb doch gut ne ja für dich du bist nicht einmal gestorben ich bin ja am laufenden band verreckt ja aber ich bin der tank glaube ich irgendwie schon mal los natürlich hier nach endboss an mir ist nix die musik und da ist er geht erst fett er soll der größte sein bisher konnte also du kannst noch nicht so schwierig sein bitte der tausend griffenhof drauf er hat mich verraten dann springt er dann schmettert er ein zu boden und was macht der gar nicht habe ich bin auf den drauf die silva mein gott spricht ja viel her kann das sein naja er wird irgendwann oder ja weil er doch dicht gerichtet weiß nicht aber da ist dieser eine angefangenen frohe grob dieser kreis lang seine fliege hat mich getroffen eine forst aus stahl so gott na warte jetzt springe ich auch nicht los du verlierst voll die übersicht ne ich stech dir jetzt in den kopf oder was auch immer ich hier grad mach das ist wie bei eben weil sie nicht auf so kolosses ähm seine arme sind größer geworden ähm was geht das überhaupt ich glaubt er will mit dir boxen Daniel oh er hat mich gegriffen das war ja wieder so klar ey meine beine waren so am f*** aufbauen ja meine Schattenbefähigkeit hat sich aktiviert hast du das gesehen Daniel der hat mich gerieben wie so ein Radiergummi ja der hat mich gerieben wie so ein Radiergummi ey Daniel der hat mich sogar gegriffen da waren nur noch meine Beine stecken aus der Faust draußen und dann hat der mich auf den Boden gehauen und gerieben wie so ein Radiergummi ich hab's gesehen oh Gott der ist wütend jetzt greif mal den Daniel verdammt nochmal nimm mal jemand anderen hage kontert hage kontert hage kontert oh der ist umgefallen ja der hat noch gar kein Herz verloren aua sitzt der auf dir drauf? nein ist der der dich jetzt gegriffen oder was war? nö schlitz 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 ich bin von den abgesprungen damit ich nochmal auf den der kannst du machen ja hui da kannst du verlangen auf den drauf bleiben dann na wieso bin ich hier oben? ok ok ja meine waffe ist aufgeladen machst du jetzt kannst du wenigstens einfacher treffen als andere alter von überschreitgeschwindigkeit da 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 wieder beleben bitte ok ich dachte ich bin in der luft tsching ja er hat mich mal ich kann meine bombe nicht zünden schau die hand aber ich glaube ich gerettet ja ich habe meine bomben gezündet sie haben sich gezündet ah ok nach einer wende die nicht aktiviert aktivieren die sich von der zeiten alleine das hat ihn wahrscheinlich unterbrochen ja ach ich habe da auch granaten nicht sie soll ich vielleicht mal einsetzen ja weil ich glaube das kann man nicht abwehren weil sie nicht da ich habe da keine von den strichen über seinem kopf gesehen ein bisschen und wer das hat nur ein hit kill ist irgendwie ist ja auch glaube ich gedacht hat man jetzt so viert irgendwie reingeht ja oh nein oh da hat mich erwischt oh und ich auch scheiße ey wir haben drei spritzen ja natürlich ich dachte wir haben nur einer da ich gehe mal kurz weg jetzt hat er mich noch ein nein viel spaß das war ein bisschen verpackt ganz ehrlich bei mir bist du dir seit noch rumgelaufen irgendwie darf der da ja auch mal sehen wie das ist aus der welt der hier hm 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 ähm was macht der da oh gott ich gehe schon mal in deckung ah ah da oh 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 ah hier springt jetzt hier wieder los danke ich kann das nicht ich komme nicht dazu kommen ich komme ich komme ich gehbe ich das sprite leuchtet eine 80 prozent sehe ich gerade er hat noch die hälfte seiner energie ich bin jetzt irgendwie dann kommen aber ich habe meine pirouette nicht gemacht diese one hit die kacke immer leckt mich allein allein okay irgendwie hat er mich nicht getroffen ich weiß nicht einer der ersten kämpfe ich habe meine pirouette eingesetzt mein schild war mit einem schlag weg aber ich habe den größten meiner lebensenergie verloren aber dein nagel ist abgebrochen ich würde gerne meinen markt vom einsetzen bitte auch gerade wir sind bei 99 nicht so dolle er hat mich schon wieder an nähe ich kräfte noch an während ich am sterben bin ja jetzt müssen wir spritzen einsetzen scheiße ja okay ich dass man trägt welchen eine ja ich habe nur noch eins ich habe gar keins eingesetzt bis jetzt dass ich an der quelle da hin wenn du unbedingt willst da kann ich mal eben auch nicht niemand schluck da habe ich uns beide ja wo ich gerade sagen aber ich habe einfach abgetrennt glaube ich wieder sich freut wie so ein kleiner junger oh gott kontakt 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 der trifft mich nicht so trifft er mich mit dem angriff ich habe echt angst nah gegen ihn zu denen jetzt musst du überlegen jedes mal wenn der eingreift ist das nicht ich hab das schaffen wir nicht aber auch kommen oh gott ok weil meine marktpumpen sind gleich wieder so weit was auf der macht wieder diesen dreck ich bin auch tot komplett ja ich habe noch spritzen habe ich noch einmal zu mir kommen zu mir ich sehe dich nicht okay aber ich habe dich umgebracht ich habe eine spritz mehr er ist tot aber sehr gut fick dich du bist wie fick dich der kriegst du noch einen hinterher da war gut ne ne ja überrascht mich nicht ich habe den tag der weg ist konntest nicht ertragen wie ich gestorben da musst du mich rechnen ich will gar nicht wissen wie schlimm hatten wenn die nächste eskalation würde ja wir wollen die schatten eskalation machen da kommt eine fusion aus rift stalker und schraut ja geil einfach so eine katze mit flügeln oder die hätte einfach noch drittes auge das katzenvieh oder drittes auch oder einfach so einen dackel mit fünf linken beinen fängt auf die die von 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 von